Hallo ihr Lieben, so, wir haben heute eine Leinwand Makrameegarn, was so ein bisschen dicker und stärker ist und eine Heißluftklebepistole, ich glaube das war das richtige Wort, haben wir jetzt also vor uns und das Ganze, die Heißklebepistole muss natürlich schön heiß werden, logischerweise, sonst erfüllt sie ihren Zweck nicht und aber ansonsten ist der Sache alles wirklich kinderleicht. Inspiration habe ich mir geholt von Pinterest. Ich kann euch leider den Namen nicht mehr sagen, weil ich es mir wirklich nicht gemerkt habe, aber das passiert mir so oft, ich mache dann immer ein Screenshot, ein Bild oder was auch immer irgendwie und aber ich merke mir halt den Benutzernamen nicht, um dann die jeweiligen Kredits zu geben und aber das ist vollkommen okay letztendlich. Ich werde da wahrscheinlich auch, ich bemühe mich immer sehr das Ganze so ein bisschen dann auch transparent zu halten und eben wirklich die Kredits zu geben für die Leute, die halt sich das überlegt haben. Ich probiere ja die Dinge gerne aus, wenn andere sich irgendwie zeigen, was sie gemacht haben was ja dann immer so kinderleicht wirkt und dann probiere ich einfach aus, ist es wirklich so kinderleicht. Das ist so meine Intention, gerade wenn mir die Sachen sehr gefallen, bin ich immer sehr gespannt, ob ich das wirklich auch so hinbekomme, wie es da gezeigt wird und das ist so mein Hobby? Keine Ahnung. Ich habe ja auch viele DIY-Sets, die irgendwo dazugehören, wo ich einfach ausprobiere, was ist möglich, kann ich das, kann ich es nicht und ja, dementsprechend ist das immer gar nicht so einfach. Ja, ansonsten hier die ganzen Makramee-Stränge. Ihr seht schon, ich habe da auch ein paar vorgefertigt. Ich hatte ursprünglich mal ein anderes Projekt angefangen, was ich aber dann nicht fertig gemacht habe und habe dann jetzt dann eben diese Stränge dafür genommen, weil ich es eh nicht mehr wusste. Ich habe irgendwann das Projekt weggepackt und habe mir jetzt einfach nicht mehr gemerkt, was wollte ich eigentlich machen, wie wollte ich es machen, wo wollte ich es machen und dementsprechend war das jetzt dann einfach so und habe jetzt also dann angefangen, diese Stränge zu nutzen. Dafür hatte ja vorher schon ein Projekt mal hochgeladen gehabt, wo die Stränge sehr gerade auf der Leinwand drauf waren und auch mit Farbe. Hier wird es diesmal nicht mit Farbe passieren, sondern mit einem anderen Material, was ich aber auch sehr, sehr gerne immer nutze. Und genau, und die werden jetzt immer in einem für euch komplett frei wählenbaren Muster. Hier sind so ein paar unregelmäßige Figuren dadurch entstanden, die einfach alle in sich dann gehen und das wird dann immer alles ein bisschen kleiner. Ihr werdet auch sehen, das Muster baut sich dann so nach und nach auf. Immer nicht vergessen, dass da immer unten jeweils an dem Rand immer noch ein bisschen Strang übrig bleibt. Das brauchen wir, damit es nachher ein bisschen harmonischer wirkt und das Ganze dann eben gut mit Makramee, nee Quatsch, mit dem Kleber, mit dem Heißkleber, dann eben dementsprechend festkleben. Und wie gesagt, es zieht sich so ein bisschen über das Ganze, die kleine Leinwand. Ich habe es ja wirklich nur mit einer ganz kleinen Leinwand jetzt gemacht, nicht mit einer großen. Ich wollte es erst mit einer großen machen, habe mich dann aber spontan erst mal dagegen entschieden. Eine große wird es vielleicht irgendwann mal nochmal. Aber ja, hier wenn man übrigens um die Ecke geht, dann einfach sich irgendwie an dem letzten Strang von der anderen Seite daran orientieren und dann wird es eigentlich auch relativ schnell voll und schön und sieht einfach schön aus, ja. Also ich mag das Ergebnis wirklich sehr. Für mich ist das wirklich eine wunderschöne Art, einfach so eine Leinwand dann auch zu gestalten und zu schauen, dass das dann halt gut aussieht auch. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Es gibt bestimmt mal Stränge, wo ich im Rückwirkend irgendwo denke, anders wäre es jetzt, wäre ich doch besser gewesen. Aber das ist vollkommen okay. Wie gesagt, das ist ja so ein Freestyle, was man da so macht und man darf sich komplett austoben und das liebe ich ja wirklich sehr. Also ich glaube, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, sind gerade die Techniken, wo man einfach machen kann. Ob es jetzt das Epoxidharz ist, das Acrylicporing, das sind einfach so Techniken, wo ich einfach zusammenschütte, also es klingt jetzt alles einfacher als es ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann lässt man sich einfach so spontan überraschen, was passiert da einfach drauf. Wie gesagt, Epoxidharz, man weiß nie, was wirklich rauskommt. Ich habe bei manchen Sachen bin ich immer wieder überrascht und freue mich mega drüber, wenn ich das Ergebnis dann sehe. Und beim Acrylicporing bin ich noch mega am Anfang. Ich bewundere immer, es gibt auf YouTube eine, ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon mal verlinkt hatte, die macht das so mega schön. Die macht da tolle Blumen mit und tolle Muster und ich bin jedes Mal mega begeistert, wenn die das macht und freue mich da eigentlich dann immer sehr drüber, wenn ich ihr da einfach bei ihren Videos sie verfolge. Und ja, dementsprechend, ich gucke mal, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, da verlinke ich euch die YouTuberin nochmal und sie kommt aus Slowenien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich brauche sie auch gar nicht hören, ich kann kein Englisch und dementsprechend schaue ich ihr wirklich einfach nur total gebannt zu. Und das lohnt sich so sehr, ihr dabei zuzuschauen. Ich habe diesmal auch ein klein wenig immer mal rausgeschnitten, wie gesagt, sonst wird es wahrscheinlich langweilig. Habe es auch ein minimal bisschen rausgeschnitten. Im Großen und Ganzen habe ich eine knappe Stunde dafür gebraucht. Einfach mit ganz viel Ruhe habe ich es gemacht und habe dann einfach nebenbei wie immer mein Hörbuch gehört und freue mich eigentlich immer, wenn ich diese Zeit dann einfach für mich halt auch nutzen darf. Und ja, und wir sind beim Letzten geblieben. Also wir sind jetzt fertig mit dem letzten Strang, den wir da jetzt festgeklebt haben. Und jetzt werden die letzten Enden, die werden jetzt einfach um die Leinwand rum gemacht. Ihr seht es ja, wie ich es hoffentlich meine. Und das einfach, es macht sich halt auch sehr, sehr gut. Und dann wird der letzte Rest noch abgeschnitten. Und dadurch wirkt das Ganze aber, als wenn es um die ganze Leinwand geht. Und dadurch, hatte ich gesagt gehabt, unbedingt darauf achten, da unbedingt ein bisschen Länge zu lassen, damit ihr das dann halt dementsprechend rumwickeln könnt. Hier habe ich dann festgestellt, dass irgendwie das Anzeige erscheint dann doch noch so ein bisschen nicht ganz fest war. Und genau, also da unbedingt dann so ein bisschen schauen. Ich habe dann, wie gesagt, den Rest noch so ein bisschen weggeschnitten, auch innen drin, damit das besser funktioniert. Also da gibt es, wie gesagt, ich fand es halt schöner, falls ihr jetzt denkt, okay, die Ränder müssen damit gar nicht gestaltet werden. Dann ist das selbstverständlich auch, wie gesagt, das ist so ein freies Basteln, wo ihr euch einfach mal austoben dürft und das Ganze dann so schön für euch machen dürft, wie das für euch am schönsten ist. Ich finde das so, so wichtig. Ich finde manchmal immer so traurig, wenn irgendwie so viel vorgegeben wird und dadurch die Fantasie so ein bisschen darunter leidet. Ich mag das wirklich sehr, wenn da einfach mal so ein bisschen geschaut wird, wo mache ich vielleicht was hinten. Das ist wie, ich erzähle das auch immer wieder ganz gerne, ich bin ja irgendwo so ein bisschen manchmal noch im Kopf einfach ein Kind geblieben und würde so gerne einfach mit Holzbausteinen und so spiele ich bis heute noch gerne, habe aber selber keine eigenen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ich woanders bin, wo ich diese Leidenschaft eben austoben darf und dieses einfach mal bauen. Und habe ich früher auch einfach so viele Häuschen gebaut mit und auch Domino habe ich damit gemacht. Aber das, also ich liebe es einfach, dieses einfach freie Spielen, Basteln und einfach machen. Dieses Basteln ist für mich ja eigentlich auch ein Segen irgendwo. Ich habe damit ja so richtig bewusst. Ich habe früher schon sehr gerne gebastelt, aber ich habe tatsache mit Corona beginnen, mit dem Basteln konkret begonnen und auch mit dem Videos hochladen. Ich glaube, mein erstes Video war wirklich Seifegießen gewesen. Ich müsste nochmal nachschauen. Der Videokanal, der stand ja schon eine Weile. Da habe ich immer Musikvideos hochgeladen und einfach, weil ich da auch eine Leidenschaft für entdeckt hatte. Und dann kam, wie gesagt, Corona und dann habe ich mich dem Basteln gewidmet und freue mich da eigentlich immer wieder noch drüber, dass ich das dann eben auch für mich so gemacht habe. Ich bin noch ein ganz kleiner Kanal. Für mich ist es aber eben wirklich auch einfach ein Hobby. Ich mag mir einfach damit die Erinnerung schaffen, auch mit Musik eben. Und man weiß dann irgendwann gar nicht mehr, Mensch, wo war ich, wann war das? Oder eben halt beim Basteln, Mensch, wie habe ich das nochmal gemacht? Und dann kann ich das nachholen und schaue mir dann einfach die Videos nochmal an und dann bin ich total happy. Und wie gesagt, auch die Musik für mich ein wunderschöner Baustein in meinem Leben, den ich einfach nicht mehr missen möchte. Ja, ich hatte ja bei dem einen Video hatte ich ja mit Farbe damals dann gearbeitet, um das Ganze ein bisschen zu verkleiden. Hier war ich mir nicht sicher, ob es gut funktioniert. Es hat auch ein bisschen Kampf gehabt, bis ich das Ganze dann so umgesetzt bekommen habe. Und diesmal ist es die Strukturpaste. Strukturpaste finde ich ein unglaublich schönes Material, womit man so schöne Sachen machen kann. Und dadurch probiert das gerne mal aus. Ihr müsst so ein bisschen aufpassen, dass ihr das ganz gut verstreicht, weil es natürlich, wenn es sonst bröckelt, oder andersrum, wenn es trocken wird, dann bröckelt es vielleicht sonst ein bisschen mehr. Also da so ein bisschen gucken, dass das gut funktioniert. Ich musste erst so ein bisschen meine Technik verfeinern, damit das gut funktioniert. Aber das bekommt ihr dann, denke ich, ganz gut hin. Mit der Farbe ging es natürlich vereinzelt ein bisschen leichter, weil man da nicht ganz so doll aufpassen musste. Aber wie gesagt, das funktioniert. Ich zeige euch selbstverständlich das Ergebnis selber nochmal, damit ihr ungefähr wisst, was da jetzt so, wie es dann letztendlich aussah, auch nach dem Trocknen. Ich habe ja bestimmte Sachen, ich habe ja mittlerweile so viele Leinwände und ich habe die so alle im Schlafzimmer verteilt und mag einfach sehr. Und auch dieses Werk steht bei mir da. Ich muss ja immer wieder mal umräumen, weil ich so viel hier bastel und dann schaue, was am besten ist. Und ja, wie gesagt, probiert es aus. Und ihr müsst gar keine große Leinwand nehmen. Es reicht so etwas wunderschön Kleines und das wirkt so schön minimalistisch. Und ihr könnt da euch so schön einfach auch mehrere Bilder ran machen. Man kann die ja auch miteinander mehrere kleine einfach so verbinden miteinander. Und dadurch, probiert euch da einfach mal aus. Vielleicht funktioniert das ja bei euch dann eben auch ganz gut. Wir sind auch schon fast fertig. Und wir sind da jetzt auf den letzten Metern. Und ich spreche einfach mal noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, ich hatte es euch schon mal erzählt gehabt, ich würde manchmal gerne Musik unterlegen. Ich finde aber keine lizenzfreie Musik, mit der ich das machen kann. Und dementsprechend muss ich euch leider meistens irgendwie zulabbern. Ich könnte es jetzt auch stumm schalten irgendwie, aber das finde ich halt auch nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Also dementsprechend verzeiht mir einfach, wenn ich euch immer ein Ohr abkaue. Und ich will einfach nur nicht eine Musik nehmen, wo ich dann halt eben die monetarisiert wird. Und das mag ich halt überhaupt nicht. Und aber ihr könnt natürlich immer wieder gerne einen Kommentar unter meine Videos gelassen, entweder mit Fragen oder Ideen oder einfach, was euch gerade einfällt. Oder halt ein Daimchen nach oben oder ein Abo. Ich freue mich mega drüber. Und wie gesagt, es ist alles freiwillig. Und das Einzige ist, unschöne Kommentare werden kommentarlos komplett ignoriert, beziehungsweise ich lösche sie. Und je nachdem, wie schlimm es war, werde ich dann letztendlich die Leute auch sofort blockieren. Das hatte ich jetzt ein, zwei, drei Mal. Die sind sofort blockiert worden, von meiner Seite her, weil ich einfach eine anständige Kommunikation sehr gerne mag und möchte diese dementsprechend natürlich auch leben. Und freue mich dann einfach über eine schöne Kommunikation, wo einfach auch Ideen getauscht werden. Und ich habe, wie gesagt, schon so manche Sachen, die ich noch im Hinterkopf habe, zum Beispiel die Kerzen, möchte ich gerne nochmal ausprobieren, weil ich glaube, ein paar Dinge gerne anders machen möchte und vielleicht dadurch noch schöner werden. Und das wird. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich noch das Ergebnis. Ich hoffe, ich kriege die Fotos gerade von meinem Handy runter. Ich habe die irgendwie gerade nicht runtergekommen. Ich konnte mir die auch nicht per E-Mail schicken oder so. Dementsprechend, ja. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall schon mal ein wunderschönes Wochenende noch, einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!